Hallo Freunde des Gehörns, bei einem langen Philippinenaufenthalt habe ich einiges an Körpersubstanz verloren gehabt. Muskulatur ist ganz ganz wichtig als Stressschutz, weil allein die bestehende Muskulatur am Körper baut Stresshormone ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, komm, klick in den Kreis. Was ist das, Dissera? Mach schon, klick jetzt.